Hmm, Ho-Oh. Ho-Oh, Pokimiki. Äh, Entwicklung. Das ist einfach die Umschrift des japanischen Namens. Aber wo der Name direkt herkommt? Never know. Ähm, ist Fokustöße für Lodoraichu? Ich würde dir eher empfehlen, World-Wechsel zu spielen, ganz ehrlich. Switched Vantage bringt dir mehr als ein Move, der grad mal zu 70% treffen kann. Das kommt darauf an denn, was du mit Typ 0 machen willst. dass du mit Typ 1 noch nicht so festlegen kannst. Ja. Das ist einfach schon heute ein Move. Danke, dass du mit Typ 1 abholtst. Ich danke dir, dass du mit Typ 1 aus. Nämlich Komm mal, tausend Lichtjahre, ey. Das ist ja voll, überhaupt nicht weit. Weifu! Die Pokémon-Namen kommen von Game Freak. Die das auch entwickeln. Ja, denn es ist mir klar, dass das für Weifu-Camp ist. Aber es geht halt darum, was du daraus machen willst. Welche Discs willst du spielen? Willst du es eher offensiv oder eher defensiv spielen? Das meine ich damit, was du damit machen willst. Do you know? Also, dass du für Weifu-Battles nimmst, das ist mir schon klar. Man sieht es mir zwar manchmal nicht an, aber so schlau bin ich auch. Hallo, Tuna. Oh, komm. Oh, komm. Nein. Nein, shit. Oh, fuck it, Alter. Offensiv, dann würde ich dir empfehlen, hart, froh oder naiv. Das sind so die Wesen, die man offensiv... Also hart, froh, scheumäßig und naiv. Das sind so die offensiven Wesen. Und vor allem ein Wesen. Ja, früher denke ich mir auch das Beste. Frohe oder naives Wesen hat nicht was für eine Coverage du brauchst. Wie gesagt, es kommt halt auch auf die Disc drauf an, die du spielen willst. Wenn du jetzt die Ice Disc spielen willst, brauchst du halt eine größere Coverage, als wenn du, keine Ahnung, die Geist Disc oder so spielen willst. Also, wenn du, keine Ahnung, die du, keine Ahnung, die du, keine Ahnung. Ach, schon. Nein. Nein, nein. Ach, ich hätte euch genau rein. Richter Trottel, ey. Genau reingerannt, das Ding. Wir gehen nicht so, ob es ein Ring rundherum ist. Nein, auch nicht in das Rote rein. Krüme zwei Ring, Krüme zwei Ring. Mit Geist Disc ist es gar nicht mal so schlecht. Wir fliegen 3000 Lichtjahre und finden kein legendäres Pokémon. Ich bin natürlich in Pokémon Go. Nein, Pokémon Go habe ich zum Anfang gespielt, als der Hype da war und dann habe ich es nach einem halben Monat deinstalliert. DROPION. 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 Nein, Cora, du räumst dein Zimmer selbst auf. Oh Leute, es ist sehr anstrengend kurz vorm 5 aufzustehen. Oh Leute, es ist sehr anstrengend. Oh Gott, oh Gott. Bleiben wir zwei Ringen, nützt uns jetzt gerade nichts. Guck mal mit dem Ringen, da mit zwei Ringen. Ich hätte gern gelb oder so mit zwei Ringen. Das ist sehr gut. Nein. Komm schon. Oh, Speed. Das sieht doch schon so richtig zum grünen hin, ne? Merkt ihr das? Nein, oh mein Gott. 4.000 Lichtjahre. Elisard. 5.000 Lichtjahre. 5.000 Lichtjahre. 5.000 Lichtjahre. 4.000 Lichtjahre. Oh nein, den war ein... Danke, Mark. Und meine Frage an Cora und an Dario. Warum habt ihr den Typen jetzt nicht getimeoutet und oder gebannt? Was ist das ein Ge Gods据? Das ist das ein Ge Gods据et. Was ist das ein Ge Gods据et? Das ist das Ge Gods据et. Ich bin ein Ge Gods据et. mein gott muss etwas gutes finden nicht mehr Also man versucht natürlich das Rote reinzulocken, ne? Das ist immer so... Oh, guck mal, das ist ein rotes mit zwei Ringen. Geh da mal rein. Okay, okay. Nein! Gelb mit zwei Ringen! Rein! Und er ist ein Legendary. Äh, wir spielen ja schon. Wir encountern jetzt Regis Stil. Und... Ja. Die Pokémon gibt es schon seit Generation 7 Also die haben sich nichts ausgesagt Die gibt es schon halt eine ganze Weile Ach, ich durfte nicht viel machen Nein, der Chat kann keine Links posten Ich glaube nicht mal Mods können das Oh, shit Lichtkanone, 20 Level drüber Mit Stahlstep Durfte doch jetzt eigentlich nicht viel machen, komm Zieht mir die ganze Hälfte, das ist gut Mit dem Crit zieht es mir die ganze Hälfte Das ist doch gar nicht mal so bad Lichtkanone Das ist gut, das ist immer schon paralysiert Das finde ich nice Ich tausche, ja Aber nur wenn ich irgendwelche Legendaries vertausche Und zwar Muticals, also Mew, Celebi und sowas Dann tausche ich, ansonsten tausche ich nicht Nach der Story kannst du gegen Team Rainbow Rocket kämpfen Da kannst du auch zum Kampf bauen danach Und dann hast du noch ungefähr 30 legendäre Pokémon Die du fangen kannst Also du kannst einiges noch das Double machen Dann hast du auch noch neid Wie soll das mal gehen? Wie soll das sein? Ja, die du auch gleich Gute Ja, tauscht die Bordentander, habt ihr mehr davon, als wenn ihr mit mir tauscht. Weil ich brauche eure Shinys nicht, ich brauche eure Battle Readys nicht, ich brauche eure Legendären Pokémon nicht. Ich habe das alles selbst schon seit Jahren da. Also auch Registeel habe ich schon aus Platin damals mitgenommen. Hallo, hallo Gaming. Also Pidelslieber, tauscht es selber weg für euch und holt euch damit eigene Pokémon. Habt ihr mehr davon, als ihr mit mir tauscht. Hallo Kiro. Ich hasse die Regis, ich hasse die Regis. Die Regis sind so tschä. Scheiße. Genau, wenn ihr tauschen wollt, dann kommt bitte auf unseren Disco-Zurfer, da gibt es mehr als genug Leute zum tauschen. Wir sind da mittlerweile 260 Leute oder so. Ja, wir dürfen eigentlich auch im Chat nach kämpfen. Kämpfen könnt ihr gerne, kämpfen könnt ihr gerne, aber tauschen bitte nicht. Tauschen könnt ihr gerne dann machen, wenn ich einen Giveaway mache. Wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich will das nicht in Shiny haben, ich will das lieber normal haben, da könnt ihr gerne tauschen. Aber nicht in Battle-Streams und sowas hier. Hallo Tobi. Und übrigens danke an alle, die zugucken, abonniert haben und geliked haben. Dankeschön. Komm schon, jetzt bleib drin mit dem Steel. Hab dich nicht so. Machen ich diese. Ich hasse ihn. Und ja, ich weiß, dass die Hyperbälle nicht so geil sind, aber momentan nutze ich die einfach, um die Rundenzahl hochzutreiben. Damit ich es dann mit den Timor-Bällen leichter habe. Oder ich fange es einfach doch im Hyperbälle und sage, YOLO. Läuft bei uns, Läuft bei uns. Reggie Steel, wo bist du denn, mein großer? Reggie Steel ist auch da. Ähm... Sehr geil. Also in den gelben haben wir die Regis drin. Also in den gelben haben wir die Regis drin. Immer schnell gehen. Wir müssen topfit sein hier. Sehr anstrengende Kämpfe. Nein, das waren mehr als vier Hyperbälle. Das waren sehr viel mehr als vier Hyperbälle. Aber ist egal, wir haben 200 Stück davon fast. Und genug Kohle dafür. Das ist egal. Hallo, Lemon Tricks. So... So... So...